Ja, schönen guten Abend auch von mir und ich werde ein paar einleitende Bemerkungen machen zu der Frage volle Kraft voraus. Die Piratenpartei vor dem, wir haben es ja angekündigt, Superwahljahr 2013. Es sind nicht so viele Wahlgänge, aber ich glaube relativ wichtige auch für die Piratenpartei. In Niedersachsen geht das los. Wir haben dann die Landtagswahl in Bayern und die Bundestagswahl und vermutlich auch noch die hessische Landtagswahl. Also in drei sehr großen Bundesländern wird gewählt und dazu die Bundestagswahl, die glaube ich eine sehr große Bedeutung für die Zukunft der Piratenpartei hat. Ich bin gespannt drauf. Bei solchen Veranstaltungen ist es immer ganz interessant, wenn Mitglieder der Piratenpartei auch anwesend sind und man mit ihnen diskutiert. Häufig ist es dann so, dass der Widerspruch nicht immer so kommt, wie man ihn sich wünscht. Vielleicht kriegen wir das heute hin, das war das ein bisschen provokanter. Machen das muss aber nicht der Provokation willen sein. Ich habe da natürlich ein bisschen einen Blick von außen, Sie haben den Blick von innen und das wollen wir dann heute auch zusammenführen. Ein Hinweis noch vorweg, in dem Vortrag wird es auch ein paar Grafiken und Bilder geben. Ich habe eigentlich durchgängig nicht die URL dran gehängt, damit Sie auf dieser Folie auch noch die Bilder erkennen können, weil ansonsten hätten Sie da entsprechend lange, wer das gerne im Detail haben möchte, dem kann ich das gerne liefern. Zur Gliederung. Ich werde zunächst etwas sagen über die Wählerschaft, über ihre Zusammensetzung, ihre Motivation, warum man jetzt ausgerechnet die Piraten wählt und die Angebote, die die Partei auch macht, warum sich dann die Wähler, die eine bestimmte Motivlage mitbringen, sich ausgerechnet für die Piraten entscheiden. Ich werde kurz etwas zur Mitgliedschaft sagen und dann auf die Zukunftsperspektiven der Partei aus unserer Sicht eingehen. Wenn wir uns die Wählerschicht angucken, dann haben wir eine Feststellung bereits vor der Berlin-Wahl, als die Piraten es das erste Mal in einem Landtag geschafft hatten, konnten wir feststellen, sie haben relativ flächendeckend zwei Prozent der Stimmen erzielt. Das gilt seit der Bundestagswahl 2009 und zwar selbst in Ländern wie Mecklenburg-Vorpommern, wie Rheinland-Pfalz, wie Hamburg, wie Bremen, wie Baden-Württemberg durchgängig zwei Prozent. Pi mal Daumen. Das deutet darauf hin, wir haben auf jeden Fall für diese Partei einen gewissen Bodensatz, der auch vor der Berlin-Wahl vorhanden war, der aber nicht stärker ist als jene zwei Prozent. Das Zweite ist, das war auch schon erkennbar vor der Berlin-Wahl, hat sich aber auch nach der Berlin-Wahl manifestiert, wir können bei der Piratenpartei keine Hochburgen- oder Kellerbezirke identifizieren. Normalerweise würde man ja annehmen, und es gab auch erste Deutungen, die gesagt haben, so ähnlich wie bei den Grünen. Das ist ein Phänomen der Großstädte, in diesem Falle vorzugsweise derer mit technischen Fakultäten, also deswegen konnte man dann erklären, warum die Piraten bei der Bundestagswahl relativ gut in Paderborn abgeschnitten hatten, weil die haben eine technische Fakultät. Aber das stimmt so heute nicht mehr. Das Ergebnis der Piratenpartei ist in der Fläche relativ ausgeglichen, bemerkenswert ausgeglichen für eine neue Partei. Seit der Berlin-Wahl bewegen sich die Piraten auf dem von Herrn Hänsel schon skizzierten hohen Stimmniveau von acht, neun Prozent, also vor den Linken, vor der FDP und in Schlagweite zu den Grünen. Bemerkenswert daran ist aber, wenn man sich die Wählerschaft näher anguckt, dann können wir relativ einheitlich aus allen Befragungen feststellen, 60 bis 80 Prozent der Wähler, eher 60 als 80, der Wähler geben an, dass sie aus Protest die Partei gewählt haben. Das geht quer durch die sozialen Schichten und wie das mit diesem Protest ist und das ist ein gewisser Schwemmsand, den die Piratenpartei momentan anzieht und ob sie ihn stabilisieren kann, ist eine der großen Kernfragen, vor denen wir stehen. Wir können trotz allem aber ein paar sozialstrukturelle, trotz der regionalen Ausgeglichenheit, sozialstrukturelle Schwerpunktgruppen ausfindig machen, die ich hier mal so ein bisschen abgetragen habe. Also wir sehen, unter den Arbeitslosen ist der Anteil der Wähler der Piratenpartei überdurchschnittlich groß, der Anteil bei jungen Männern ist überdurchschnittlich hoch, das ist gemeinhin ja auch über die Mitgliedschaft, wird das ja häufig erwähnt, also ein hoher Anteil von Männern und auch bei den Wählern, zwei Drittel der Wähler der Piratenpartei sind Männer und vorzugsweise eben jüngere Wähler, also der Anteil bei den Jung- und Erstwählern ist beeindruckend hoch, bei den über 60-Jährigen ist der Anteil der Piratenwähler verschwindend gering. Die dritte Gruppe, die wir ausfindig machen können, sind Selbstständige, also eine ganz eigentümliche Kombination, Arbeitslose und Selbstständige. Wenn man diesen IT-Hintergrund, den man ja so bei den Piraten relativ schnell assoziiert und auch durchaus begründet ist, sich anschaut, dann ist das nicht ganz unlogisch, weil wir natürlich Leute haben, die in Projekten regelmäßig arbeiten, die wahlweise arbeitslos oder eben auch in Selbstständigkeiten der verschiedensten Formen sich wiederfinden. Und dann gibt es zwei Gruppen, da ist es dann interessant, bei den gewerkschaftlich gebundenen Arbeitern, also hier unten in der Mitte eine Arbeiterbrigade, wie man sie schöner nicht vorfinden kann, haben wir erhöhte Werte. Nicht aber bei den gewerkschaftlich gebundenen Angestellten. Das ist ein durchaus interessanter Aspekt, der, wenn man sich das nochmal anschaut, junge Männer, Arbeitslose und gewerkschaftlich organisierte Arbeiter, dann erinnert das stark an das Wählerprofil einer rechtspopulistischen Partei in Westeuropa. Entscheidender Unterschied, und das ist wichtig, ist der Bildungsgrad. Der Bildungsgrad der Piratenwähler ist deutlich höher, als das bei einer rechtspopulistischen Partei der Fall wäre. Aber trotzdem erstmal ein Befund, der nachdenklich stimmt oder der uns besonders motiviert, genauer hinzugucken. Und dann gibt es eine Gruppe, in der ist es auch auffällig, bei den nicht konfessionell gebundenen Wählern ist der Anteil der Piratenwähler auch höher. Auch das ist unter Umständen nicht verwunderlich. Die Piraten haben in Berlin einen sehr dezidierten Wahlkampf in Richtung Laizismus geführt. Das könnte aber auch ein Kohorteneffekt sein, weil die kirchliche Bindung bei den Jüngeren geringer ist, als bei den Älteren. Und das müsste man sich nochmal im Detail anschauen. Ich habe schon gesagt, ein hoher Anteil sind Protestwähler. Warum eigentlich Protest? Und da gibt es zwei Motive. Das erste ist die Unzufriedenheit mit der Politik allgemein. Und das kann man in ein paar Schlagworte, glaube ich, ganz gut fassen. Wir haben einen wirtschaftlichen Aufschwung oder eine wirtschaftlich relativ günstige Situation mit einem Rückgang der Arbeitslosenquoten. Eigentlich müsste es ja günstigste Bedingungen sein, aber wir wissen auch, dass die soziale Schere auseinandergeht. Wir haben keine soziale Inklusion, trotz des Rückgangs an Arbeitslosen. Wir haben, das ist also der eine Bereich, wo es eine doch auch verfestigte Wut und Unzufriedenheit mit dem politischen System gibt. Zweiter Bereich, der auch zum Protest neigt, und da habe ich hier ein Bild von Bildungsprotesten herausgesucht. Das Bildungswesen, das muss ich den meisten hier im Raum, glaube ich, nicht sagen, wird ja nun fortlaufend seit 10, 20 Jahren reformiert. Und gerade Jüngere, also diejenigen von Ihnen, die hier noch studieren oder in der NN-Phase sind, wissen das, dass sie so ein bisschen die Versuchskaninchen all der Geschichten waren, was Schulzeitverkürzung anging, was Bachelor anging, Masters, Strukturen, Modularisierung. Und eigentlich viele von Ihnen haben das vergleichsweise klaglos ertragen, weil man es natürlich das Versprechen hatte, es wird ja alles besser, damit man dann hinterher in vernünftige Jobsituationen kommt. Und wissen Sie auch, die Generation Praktikum ist zwar vielleicht nicht ganz so wirkmächtig, wie manche sie beschrieben haben, aber die Frage von sicherer, nicht prekärer Beschäftigung ist doch für viele nach dem Bildungswesen eine reale Erfahrung. Und mithin ist das Versprechen, wir machen ein bisschen Bildungsreform, damit man Jobs kriegt, das greift nicht so. Und das erzeugt natürlich auch eine Unzufriedenheit. Über Euro-Krise brauche ich nicht viel sagen, das ist auch die Unzufriedenheit in der Form, da wird in Berlin komplexeste Vertragswerke beschlossen, ratifiziert, die vorher in Europa vereinbart worden sind. Und da kommt man nicht mehr so richtig mit. Auch das ist ein Maß von Unzufriedenheit mit dem politischen System, nicht mehr zu verstehen, was dort passiert. Und dann lösen sich natürlich auch alte Gewissheiten auf. Also wenn man vor zehn Jahren gesagt hätte, die Sozialdemokraten stellen den Sozialstaat in Frage, die Grünen stimmen für Kriegseinsätze, na gut, vor zehn Jahren war das schon der Fall, sagen wir 15, und die CDU kommt auf die Idee, Banken zu verstaatlichen oder aus Atomenergie auszusteigen, dann wäre man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durch jede Examensprüfung in der Politikwissenschaft geflogen. Heute ist das Realität. Und das ist natürlich auch ein Teil dieser Unzufriedenheit, dass die alten Orientierungsmuster nicht mehr greifen. Dass man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die eine Partei für dieses und die andere für jenes steht, und man entsprechend nach Halt auch sucht. Und insgesamt müssen wir auch konstatieren, unsere Demokratie und unsere repräsentative Demokratie befindet sich in einer Legitimationskrise. Es gibt verschiedene Schlagworte dazu in der Politikwissenschaft, über deren Wertgehalt man sicherlich streiten kann, aber unter dem Schlagwort Postdemokratie wird immer ausgeführt, dass wir zwar intakte staatliche Institutionen, politische Institutionen haben, die aber unter der Macht des Marktes letztlich kapitulieren, die eigentlich in ihrer Wirkmächtigkeit ausgehöhlt sind. Über die Bedeutung dieser These kann man sicher geteilter Auffassung sein. Tatsache ist, das spiegelt sich auch ab. Die zweite Geschichte, neben dieser Unzufriedenen mit der Politik allgemein, oder bevor ich die erwähne, man kann das bei den Themen der Piraten ganz gut sehen. Das wichtigste Thema für die Wähler der Piratenpartei ist soziale Gerechtigkeit. Das zweitwichtigste ist Bildungspolitik. Und erst auf dem dritten Platz, sofern es abgefragt wird, kommt Netzpolitik, dann kommt mit weitem Abstand nichts, dann kommt Wirtschaftspolitik und Arbeitsmarktpolitik. Aber soziale Gerechtigkeit ist das dominierende Thema, obwohl man eigentlich bei den Piraten jetzt nicht zwingend, trotz bedingungsloser Grundeinkommensdebatten, da eine Kernkompetenz vermutet. Das deutet aber schon hin, dass dieses Protestmasse doch relativ amorph ist und auch es noch eine Aufgabe der Piratenpartei ist, das zu stabilisieren. Der zweite Punkt, kurz skizziert, Sie sehen hier eine illustre Runde von Ihnen doch recht vertrauten Politikern aus der Vergangenheit. Also Frau Merkel und Herr Seehofer, die waren schon bei Helmut Kohl, Minister. Herr Steinbrück, der war schon vor 20 Jahren Minister unter Heide Simonis in Schleswig-Holstein. Jürgen Trittin, ein wirklich sehr zu findendes Bild im Internet, war auch schon vor 20 Jahren hier Niedersachsen Minister. Und der junge Herr Westerwelle, der hat noch mit einem Außenminister, den die meisten von Ihnen wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, Klaus Kinkel, zusammengearbeitet. Also wir haben ein politisches Personal, was wir seit unglaublich langen Zeiten kennen, wo man sagt, naja, ein bisschen Abwechslung wäre mal nett. Und da bei den Piraten man ja keinen kennt, also die zwei, drei Dissidenten aus anderen Parteien fallen nicht weiter ins Gewicht, müssen es ja zwingend neue Leute sein. Das ist ein gewisser Charme. Also das erklärt, warum es ein Protestpotenzial gibt, aber warum können die Piraten das an sich binden? Nun, wir haben zwei Faktoren, die wir ausfindig machen können, neben einer reinen weiteren, aber zwei möchte ich hier kurz vorstellen. Das eine ist, die Methode ist das Programm. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, die Piraten hätten kein Programm. Es gibt natürlich bestimmte Programmbausteine, es gibt aber auch Leerstellen. Das muss man den Piraten noch gar nicht als neuer Partei zum zentralen Vorwurf an der Stelle machen, sondern viel entscheidend ist, die Piraten stellen etwas ins politische Schaufenster, was attraktiv ist. Denn in den meisten Parteien gilt dann wohl doch immer noch der Satz von Walter Ulbricht, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles unter Kontrolle haben. Und das brechen so ein bisschen die Piraten auf, in dem sie eine unglaublich breite Möglichkeit der Mitwirkung schaffen. Das Versprechen auf unmittelbare Teilhabe, wird immer unter diesem Schlagwort Liquid Democracy eingeführt, sieht bei den Piraten konkret so aus, dass es ein Nebeneinander von ganz verschiedenen Kommunikationsmöglichkeiten gibt. Es gibt Online-Foren, es gibt Mailinglisten, es gibt Stammtische im realen Leben, es gibt sogenannte Pads, man kann sich bei Twitter und Facebook letztlich in Debatten einklinken, in Foren einklinken. Und das existiert alles nebeneinander. Und weil das auch nebeneinander existiert und weil es wenige Bereiche gibt, in denen das Ganze zusammengeführt wird, sind die Piraten gegenwärtig auch eine Projektionsfläche ganz verschiedener, auch gegenläufiger Interessen und übrigens auch Interessen, die den Piraten nicht immer so behagen. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn man sich anguckt, es gibt eine einzige Partei, in der die Anhänger mehrheitlich fürs Betreuungsgeld sind. Das ist die Piratenpartei, obwohl die Partei ist dezidiert ablehnt, wo man schon merkt, und das ist vermutlich nicht das wahlentscheidende Thema, aber wo man merkt, dass also solche Interessenlagen, die in anderen Parteien, selbst in der CSU nicht mehrheitsfähig in der Anhängerschaft sind, plötzlich in so einer Partei sich wiederfinden. Und diese Koexistenz verschiedenster Kommunikationsformen ist durchaus etwas, was die Piraten als Organisationsprinzip auserkoren haben. Also Richard Falkwinge, der Nestor der Piratenbewegung in Schweden, der hat mal gesagt, wenn zwei Piraten etwas zusammentun, geschieht das auch ohne Beschluss dann im Namen der Partei. Und damit müsste man als Partei halt leben. In jeder anderen Partei würde man, unter dem Gesichtspunkt Geschlossenheit und Ähnliches, ist, glaube ich, das bedenklicher sehen. Aber das ist ein Angebot, was die Piraten machen, dass sie deswegen eine Partei sind, die zum Mitmachen erstmal einladen. Das würden die Piraten jetzt auch sagen, das ist durchaus etwas, womit man in den Wahlkampf geht. Der zweite Punkt, und den würde ich etwas kritischer sehen, ist, was sich hinter dem programmatischen Angebot der Piraten verbirgt, das ist dann doch so etwas wie ein, da sind wir nicht beim Thema Rechtspopulismus, sondern beim sehr allgemeinen Thema von realem Populismus. Die Partei ist, und das hängt auch mit ihrer basisdemokratischen Orientierung, ihrer Mitmachform, ihrer wenig gefilterten Kommunikation, nicht davor gefeit, populistisch zu agieren. Sprich, es gibt keine Filterstrukturen, die, wenn man so will, den Wut, die unmittelbare Kritik, die man hat, irgendwie filtert und in eine bestimmte Bahn lenkt, sondern das bricht sich Bahn, was dort passiert. Und deswegen ist es auch kein strategischer Populismus. Also, es ist nicht so, dass die Piratenpartei sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt Populismus à la chill, sondern es brechen sich bestimmte Vorstellungen, bestimmte Kritiken am politischen System Bahn, und das wird dann auf dem schillernden Begriff, das ist nicht alles, aber das ist ein entscheidender Zweig, auch in der Wahlkommunikation, den schillernden Begriff der Transparenz gebracht. Und das ist latent populistisch. Wenn wir das hier sehen, Transparenz statt Korruption, da ist die Unterstellung hinter, in der Politik herrsche Korruption vor, und Transparenz wird das ersetzen. Oder die berühmt-berüchtigte HSH Nordbank in Hamburg, Transparenz statt Hinterzimmerpolitik, gut, das mag einem noch sogar einleuchten, aber wenn man dann da oben die Elbphilharmonie sieht, und da steht, Bürgerbeteiligung darf kein Märchen bleiben, dann wird suggeriert, mit Bürgerbeteiligung wäre es nicht passiert, dass dieses Ding finanziell komplett aus dem Ruder läuft. Und da wird jetzt etwas bedient, was zum Grundaxiom populistischer Parteien gehört. Das eine ist, auf den gesunden Menschenverstand sich zu bedienen. Ist ja ganz klar, das was bei der HSH Nordbank passiert ist, mit einem etwas, ich sage mal, durchgedrehten Vorstandsvorsitzenden, der am großen Rad drehen wollte, das würde einem, also Frau Merkel würde mal sagen, der schwäbischen Hausfrau wäre das vermutlich nicht passiert, also gesunder Menschenverstand. Das zweite ist, es gibt so eine Sehnsucht nach einfachen Lösungsmechanismen. Und das ist natürlich, unter diesem Schlagwort der Transparenz wird sehr vieles heruntersubsumiert. Also das existente Staatswesen, die Politik in Gänze, ihre Repräsentanten, ihre Institutionen werden kritisiert und unter Berufung auf einen angeblichen Willen des Volkes wird letztlich, der kein Gehör mehr im politischen Raum findet, der deswegen beteiligt werden muss, wird deswegen eine unmittelbare Beteiligung der Bürger vorgeschlagen und wird dann doch hinter dem durchaus liberalen Politikverständnis der Piraten an vielen Stellen latent einer populistischen Versuchung anheimgehen. Ich glaube, das gibt schon genug Streitpunkt für nachher, hoffe ich mal. Wie gesagt, es ist keine Strategie der Piraten, jetzt fange ich sie wieder ein, wenn sie jetzt so richtig auf 180 sind, sondern es ist eben etwas, was aus dieser Basisbeteiligung, ja auch aus diesem idealistischen Politikverständnis, was in Teilen manchmal auch etwas vielleicht naiv ist, es umschlägt und deswegen sprechen die Piraten im Augenblick diesen Schwemmsand von Wählern auch an. Die Frage ist, ob sie ihn mit diesen Instrumenten werden halten können, das steht dann doch zu bezweifeln. Zur Entwicklung der Piratenpartei werfen wir jetzt einen Blick etwas mehr ins Innenleben der Partei. Die Mitgliederentwicklung wird ja immer als sprunghaft, als dramatisch, als dynamisch beschrieben und das ist in der Tat so, sie vollzog sich in ja zwei Stufen letztlich. Also es gab oder drei Wellen oder vier Wellen, man kann das jetzt unterschiedlich abgrenzen. Also wir haben bis zur Europawahl 2009 eine Gruppe von anderthalb tausend Leuten, die mit dem Motiv Netzpolitik zu machen, Fragen der Digitalisierung, die sich mit der digitalen Revolution stellen, in den politischen Raum zu bringen. Das war eine Kleinpartei, nicht wirklich relevant, wenn wir das als Politikwissenschaftler so sagen dürfen. Aber mit der Europawahl und der Debatte um das Zugangserschwerungsgesetz, Stichwort Zensursolar und den Netzsperren gegen Kinderpornografie, ändert sich das. Und dies ist für viele ein Erweckungserlebnis in die Politik zu gehen. Da geht es ja nicht darum, dass man Kinderpornografie im Netz haben will, sondern die Kritik richtet sich daran, an dem mangelnden Sachverstand vieler Politiker, wie das Internet funktioniert. Denn wenn im Internet eine Sache nicht, dass es das da nicht gibt, aber eine Sache richtig tabuisiert ist, dann ist es die Frage von Kinderpornografie. Da funktionieren Selbstregulierungsmechanismen und es gibt ja den Ansatz des Löschen statt Sperren. All diese Debattenpunkte wurden von der Politik nicht aufgegriffen und daraus wurde entwickelt etwas, dass die Politik fern der Lebensrealitäten gerade vieler Jüngerer, aber auch vieler, die in diesem Netzbereich aktiv sind, ist und dass es deswegen lohnt, aktiv zu werden und die strömen zwischen der Europawahl und der Bundestagswahl in die Piratenpartei hinein. Und auf diesem Sockel gut 10.000 Mitglieder, das ist die größte unter den Kleinparteien dann bereits gewesen, konsolidiert sich die Partei bis 2011 und der richtige Boom setzt dann mit der Berlin-Wahl an. Und die, die nach 2009 bis Mitte 2011 dann reinkommen, die haben wir mal so als die Digital Natives beschrieben. Also das sind dann diejenigen, die mit dem Smartphone schon auf dem Wickeltisch groß geworden sind. Für die war eben Zensursolar sowas wie ein Erweckungserlebnis, aber sie sind nicht festgelegt, nicht nur auf diese netzpolitischen Fragestellungen, sondern anders formuliert, wer ein bisschen überspitzt, wer vor der Europawahl eingetreten ist, der konnte eine App programmieren. Wer nach der Europawahl eingetreten ist, der konnte das vielleicht nicht programmieren, wusste, dass sowas geht, aber er konnte damit umgehen. Also so ganz grob beschrieben. Und natürlich gibt es welche, die sich da nicht so reinkategorisieren lassen, aber das können Sie alles in der Diskussion dann ja auch in Frage stellen. Und was passiert dann ab 2011? Dieser richtige Boom nach oben, der auch durch die Wahlgänge, die ja dieses Jahr stattgefunden haben, verstärkt worden ist. Wir nennen das im Augenblick so ein bisschen die Glücksjäger. Das sind Leute, die Neugierde mitbringen, aber auch welche, die durchaus Karrierechancen widern. Das ist übrigens durchaus legitim. Die Grünen hatten das in ihren Anfangsphasen auch. Ihr bekanntest da Neuzugang nach der Auflösungsentscheidung für den Deutschen Bundestag 1983 war Joschka Fischer. Also insofern sollte man das jetzt auch nicht schigmatisieren. Was aber wichtig ist, wegen dieser doch sehr unterschiedlichen auch Erfahrungshintergründe, ist zu erwarten und das deutet sich an, es gibt bereits jetzt in der Blogosphäre so eine Debatte Neu- und Altpiraten, dass es doch latente Spannungen zwischen diesen Gruppen gibt, weil man eben unterschiedliche Erfahrungen hat, unterschiedliche, auch Ämter hat, auch unterschiedliche Erfahrungen in der Partei, auch, ich sag mal, die, die am Anfang eingetreten sind oder selbst in der zweiten Welt, die haben die Leidenszeit der Partei mitgemacht. Wer jetzt kommt, naja, der hat es ein bisschen leichter und der hat natürlich auch einen anderen Beitrittsmythos, warum er in die Partei eingetreten ist. Der muss sich anders erklären, anders begründen und natürlich, das sollte man nicht unterschätzen, diese 12.000 Piraten von eins, die sind jetzt, also als man diesen Sockel erreicht hat, die sind jetzt in der Minderheit. Und wenn sozusagen, das ist aber der Kreis derer, die momentan die Ämter, die Funktionen sehr stark haben und wenn jetzt die Jüngeren sagen, na, wir wollen auch mal, dann sind natürlich Spannungen nicht ausgeschlossen. Das alles ist aber ganz normal. Was ein bisschen hingegen ungewöhnlich ist und darauf habe ich schon hingewiesen, ist, wenn man die Mitglieder sich etwas näher anschaut, es gibt keine Zahlen der Piratenpartei selber zu, es gibt ein paar Erhebungen und auch Beobachtungen, die wir selber gemacht haben, der Frauenanteil in der Partei ist erstaunlich niedrig, deutlich unter 20 Prozent, wir rechnen eher gegen 10 als gegen 20 Prozent und das drückt sich auch in den Funktionen aus. Da sagen wir viele Piraten, ja, aber vor Ort haben wir doch viele Aktive. Stellt man mal fest, auf den höheren Ebenen, also von den 16 Landesvorständen kommen ganze 5 ohne ein einziges weibliches Vorstandsmitglied aus und ganze weitere 10 haben nur ein einziges weibliches Vorstandsmitglied. Das ist auffällig und spiegelt so ein bisschen etwas wider, wir können das Netz kulturell zum Teil begründen, aber das wird von den Piraten selber unter dem Gesichtspunkt, man sei Postgender, eingeordnet. Da wäre ich sehr skeptisch, was diese Einsortierung angeht, sondern man müsste durchaus noch mal hinterfragen, warum das eigentlich so ist, dass man eben ein attraktives Angebot für Männer, für eben jüngere Männer ist, aber weniger für Frauen. Das ist, glaube ich, eine Lücke und die Wahlen der Vergangenheit wurden dann doch häufig gewonnen. Das gilt seit den 50er Jahren eigentlich, wer die Mehrheit der Frauen auf seiner Seite gekriegt hat, hat er immer ganz gute Chancen, gewählt zu werden. Insofern ist das schon mal ein mögliches Problem, was sich hier andeutet. Kommen wir zu den Zukunftsperspektiven. Bei den Kleinparteien wie der Piratenpartei entscheidet sich meistens binnen eines Zeitraums von 8 bis 10 Jahren, ob sie Erfolg haben werden und ein Indikator, der in der Politikwissenschaft gar nicht mal so häufig angesteuert wird, ist die Finanzlage der Partei und da müssen wir erstmal ein paar Dinge konstatieren. Die Zahlungsmoral der Piraten ist in etwa wie bei der FDP schlecht. Die Partei selber lehnt Sonderbeiträge für Mandatsträger als dezidierten Finanzierungsmöglichkeit ab, klagt dagegen jetzt auch von dem Verfassungsgericht, kann man für legitim halten, entzieht der Partei natürlich eine Finanzmöglichkeit. Man hat einen unglaublich niedrigen Mitgliedsbeitrag von mittlerweile 4 Euro, ursprünglich 3 Euro. Wir haben in Deutschland ganze 5 Parteien, die einen niedrigeren Mitgliedsbeitrag erheben. Das ist die Rentnerpartei, die Deutsche Zentrumspartei, ich glaube die, was war noch? Also es waren Parteien, die man nicht weiter kennt und auch nicht wirklich zur Kenntnis nimmt. Das hat, was darauf hindeutet, dass man da durchaus noch Finanzierungsmöglichkeiten hat und man hat keine Beitragsstaffel. Man kann zwar 1% freiwillig seines Einkommens zahlen, aber offiziell hat man einen Einheitsbeitrag von 4 Euro und das ist wirklich erstaunlich niedrig. Und man nimmt in der Folge dieser doch schlechten Zahlungsmoral, dieser niedrigen Beiträge und der Ablehnung von Sonderbeiträgen auch nicht an der staatlichen Parteienfinanzierung in vollem Umfang teil. Und hier ist es jetzt wichtig, den Unterschied zu den Grünen zu sehen. Ich habe hier mal abgetragen, die Parteien, die als sie das erste Mal parlamentarisch relevanten Erfolg hatten, eigentlich ihre Einnahmesituation sich darstellten. Ganz links sind die Grünen 1983, dann die Republikaner 1989, die DVU 1992, die Stadtpartei 1993, die Schildpartei 2001 und dann die Piraten 2011 und eine sehr optimistische Schätzung für die Piraten 2012, die eher nach unten zu korrigieren ist wegen des staatlichen Parteienfinanzierungsanteils. Die Grünen hatten damals zwei wesentliche Faktoren, mit denen sie finanzieren konnten. Die haben horrend hohe Sonderbeiträge von ihren Mandatsträgern abgeknöpft. Die Vorstellung war so, der Facharbeiterlohn soll für einen Abgeordneten ausreichen. Dadurch ist dann dieser grüne Block, den Sie oben sehen, Mitgliedsbeiträge und Mandatsträgerbeiträge, relativ hoch bereits gewesen. Darunter kommt dann der Teil von Spenden, der bei der DVU, wie Sie sehen, an dritter Stelle sehr, sehr hoch ist. Das ist logisch, das ist das Privatprojekt von Herrn Frei gewesen, deswegen haben die so ein hohes Spendenaufkommen. Und dann gibt es diesen Teil staatliche Parteienfinanzierung. Und da ist etwas passiert, 1992 hat das Verfassungsgericht geurteilt, die staatliche Parteienfinanzierung darf nicht höher sein, als der Anteil, den die Partei selbst erwirtschaftet. Ein Urteil, was übrigens die Grünen erwirkt hatten, aber Sie wissen ja, wie das ist, die schlimmsten Kritiker der Elche waren früher selber welche, denn die Grünen haben sich zu einem ganz großen Teil aus der staatlichen Parteienfinanzierung die ersten Jahre finanzieren können, also 1983, rund 7 Millionen Euro, Einnahmen aus der damaligen Wahlkampfkostenerstattung, die floss nicht ganz so kontinuierlich wie heute, aber das war eine ganz beträchtliche Summe, die man bis Ende der 80er Jahre einen durchaus beträchtlichen Vermögenssockel angesammelt hat, den Sie heute noch im Rechenschaftsbericht der Grünen sehen können und die den Grünen geholfen haben, vor allen Dingen 1990, das Ausscheiden der Westgrünen aus dem Bundestag zu überstehen. Demgegenüber ist heute das Problem bei der Piratenpartei, dass man zwar einen Anspruch hätte auf einen höheren Anteil aus der staatlichen Parteienfinanzierung, aber nur einen Bruchteil davon gelten machen kann, mit dem Effekt, dass die Piraten ungefähr bei einem Finanzaufkommen sind wie die Schildpartei 2001 und diese war bekanntlich im Prinzip auf Hamburg begrenzt. Das heißt, das Finanzvolumen der Piraten, das einnahmeseitige, ist deutlich schlechter als bei anderen Parteien. Selbst du bist die ÖDP, in Bayern durchaus kommunal, nicht unwichtige Partei, erhält mehr aus der staatlichen Finanzierung als die Piratenpartei. Die Piraten, und jetzt könnte man ja sagen, bei der Finanzlage kann ja gar nichts werden, weil man keine Rücklagen bilden kann, eigentlich haben wir auch keinen Wahlkampf zu führen, aber sie kriegen zwei Dinge momentan sehr gut hin. Zum einen wird vieles durch Ehrenamt kompensiert und zum anderen schaffen sie es, anlassbezogene Spenden zu generieren. Besser als, glaube ich, viele anderen Parteien das können. Ob dieses Modell aber langfristig tragfähig ist, wenn es zum Beispiel Dinge zu verteidigen gibt, wenn man nicht nur in einer Wachstumsphase ist. Das würde ich kritisch sehen und deswegen glaube ich, dass die Finanzlage durchaus ein Punkt ist, den wir als prekär bezeichnen sollten. Die Partei ist, um das klar zu machen, nicht pleite. Also wir haben andere Parteien, die haben da andere Finanzprobleme, aber Rücklagen und Ähnliches sind nicht vorhanden und eine Aussicht auf Besserung ist in Anbetracht der Zahlungsmoral der Piraten auch eher gering. Zweites Problem, es wird ja immer viel gesprochen, die Piraten seien basisdemokratisch organisiert. Wir halten dem einige Punkte entgegen. Wir würden eher von Basispartizipation statt Demokratie sprechen. Zum einen ein sehr grundlegendes Problem für die strategische Entwicklung der Partei. Der Partei fehlt so etwas wie ein strategisches Zentrum. Das heißt, diese divergenten Ansätze, die die Partei hat, was ja eine Stärke im Augenblick auch ist, muss man doch hin und wieder zusammenführen, um eine konsistente Position zu verkaufen und das kann die Partei im Augenblick nicht und das hat Folgen, nämlich es entsteht eine informelle Entscheidungshierarchie, die ganz stark bei den Fraktionen angesiedelt ist. Ein Prozess, den konnten wir bei den Grünen auch beobachten, er ist aber, glaube ich, bei den Piraten viel dramatischer, weil die Fraktionen doch ein ganzes Stück stärker im luftleeren Raum agieren, denn auf welche Entscheidungswege in der Partei sollen sie sich berufen? Die Parteitage als Vollversammlung sind vergleichsweise träge, die Vorstände sollen nicht politisch arbeiten, sondern sollen in erster die Verwaltungstätigkeiten machen und darüber hinaus gibt es dann doch ein paar Punkte, die man unter dem Gesichtspunkt Gütekriterien demokratischer Ordnung kritisch sehen muss. Es gibt keine Verfahrensklarheit bei den Piraten. Das ist zwar vertretbar, weil man Vollversammlungen hat, aber alleine die Tatsache, dass die Wahlordnung für die Aufstellung von Kandidaten oder auch des Vorstandes nur Teil der Geschäftsordnung ist, ist ungewöhnlich, weil es natürlich latent zu Manipulationen einlädt, auch auf einem Parteitag verändert wird und weil es keine Rechtssicherheit für Minderheiten darstellt. Minderheitenschutz ist ein Punkt, der im Sinne demokratischer Ordnung, Demokratie ist ja nicht nur die Frage, Mehrheit entscheidet, sondern eben auch Minderheitenschutz hochproblematisch ist. Es fehlen Verantwortlichkeiten an bestimmten Punkten, dadurch, dass man ja die Vorstände nicht für politische Aufgaben hat, sondern für Verwaltungsfragen hat und dort auch verlangt, dass die Vorstände bitteschön alles so weit wie möglich delegieren sollen, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert, aber das führt natürlich dazu, wäre es dann verantwortlich, wenn Dinge nicht funktionieren. Dementsprechend fehlen auch Verbindlichkeiten. Wer kann in der Partei eigentlich verbindlich erklären, welche Position die Partei eingenommen hat? Die Diskussion, die mal im Twitter lief, die Diskussion auf der Mailingliste, die Diskussion im Forum, die Diskussion im Liquid Feedback, die Diskussion in dieser oder jener Arbeitsgemeinschaft, Parteitage, tagen nicht so häufig, um zwischendurch Entscheidungen zu bringen und deswegen verbleibt die Partei strukturell im Ungefähren, beziehungsweise das System der Schwarmintelligenz, welchem sie anhängt, hat für Ablehnung und Destruktion viel übrig, kann aber, und das ist jetzt keine Kritik, die wir uns ausgedacht haben, sondern durchaus von einem prominenten Internetaktivisten Jaron Lanier vorgebracht wird, kann kaum konstruktiv tätig sein, sondern allenfalls imitieren. Insofern kann die Partei auch häufig relativ gut reagieren, aber relativ schlecht agieren. Sie weiß, wenn es etwas zu tun gibt, wie jetzt eine Wahl zu organisieren, gerade bei den vorgezogenen Wahlen in Nordrhein-Westfalen, im Saarland konnte man sehen, dann wusste man, man hat einen bestimmten Katalog abzuarbeiten, das hat relativ gut funktioniert, aber eine strategische, politische Planung gelingt ihr nicht wirklich und damit ist natürlich in zugespitzten Situationen, Situationen, wo der politische Mitbewerber auch eine bestimmte Agenda, einen bestimmten Spannungsbogen aufbaut, wird die Piratenpartei möglicherweise Schwierigkeiten haben. Unabhängig davon, ein großes Problem ist, Partizipation funktioniert zwar relativ gut, der demokratische Gehalt ist kritisch zu sein. Dann haben wir ein paar programmatische Baustellen. Ich habe hier mal eine Skizze, die ein Kollege aus Mannheim von uns gemacht hat, Marc Debus, der mal versuchte, die Piratenpartei anhand des Wahlprogramms zuzuordnen. Über die Methodik dieses Ansatzes könnten wir auch ein mittleres Kolloquium machen, wo wir das Ganze zerreißen, weil der zählt die Wörter aus. Ob das zielführend ist, sei dahingestellt, aber er macht eine, finde ich, ganz interessante Verortung und zwar stellt er für das Wahlprogramm 2009 fest, naja, irgendwo so zwischen Grünen und FDP und SPD ist auch nicht so weit weg, bewegen sich die Piratenpartei, also so irgendwie so sozialliberal. Und da würden auch viele Piraten so aus dem Bauchgefühl sagen, das passt ganz gut, sozialliberal, das sind wir irgendwie. Ob das der Fall ist, würde ich sehr kritisch fragen, denn also gerade dieses Thema bedingungsloses Grundeinkommen ist, wenn man sich das mal genauer anguckt, wohl doch eher sowas wie die Antithese zum Sozialliberalismus, der stark auf Leistung und auf Leistung aus Arbeit heraus setzt und darauf aufbauend, also sich die eigene Existenz sichern zu können und da steht dann so ein bisschen bedingungsloses Grundeinkommen doch schwierig im Raum. Das wäre erstmal eine normative Kritik, aber schwieriger ist, glaube ich, ob man diese Debatte jetzt so genau führen will, würde ich einfach auch mal hinten anstellen. Entscheidend ist, die Piraten bedienen sich sehr vieler programmatischer Baustellen, also sicherlich das bildungspolitische Programme, die mittlerweile auch sehr elaboriert in den Landtagswahlprogrammen sind, da findet man eine hohe Nähe zu Sozialdemokraten oder zu Grünen, man findet sicherlich in Fragen von Bürgerrechtspolitik auch eine hohe Nähe zu Grünen und FDP, aber es gibt eine ganze Menge offener Baustellen und die könnten den Piraten gefährlich in den nächsten Wochen und Monaten einschlagen. Die Haltung zu Israel ist ein ganz entscheidender Punkt, der klassisch in der politischen Linken ja immer zu Radikalisierung auch schnell führen kann, aber wenn wir zu einer Verschärfung des Konflikts im Iran kommen, kann das eine Fragestellung sein, wo man von der Piratenpartei relativ schnell eine Antwort haben will und was nicht ganz einfach bei den Entscheidungsmechanismen ist. Sowieso die Felder Außen- und Sicherheitspolitik, Steuerpolitik, Zukunft des Euros, also so das große Leitthema, da gibt es gegenwärtig keine verbindlichen Antworten der Piraten. Die Kernthemen bieten ebenfalls offene Flanken, also Datenschutz, Netzpolitik, da passieren bestimmte politische Entwicklungen und man hat doch den Eindruck, dass die Piraten sehr von ihrer hinzugewiesenen Reputation, die eben aus 2009 noch herrührt, zehren und dass sie doch Schwierigkeiten haben, das weiterzuentwickeln. Das Problem ist aber aus meiner Sicht und das ist wieder die Frage der Entscheidungswege, nicht ob die Piraten dazu Antworten haben, weil man muss einer jungen Partei zugestehen, dass sie programmatische Lücken haben, sondern die entscheidende Frage ist, wann werden diese programmatischen Lücken in der Partei geschlossen werden. Ein weiteres Problem, was sich aus dem basisdemokratischen Verständnis ergibt, ist, gegenwärtig droht der Massenzulauf, die Verfahrenswege zum Scheitern zu bringen. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen bei der ersten Aufstellung, die ja angefochten worden ist, 150 Kandidaten für die ersten Listenplätze, also alleine für Platz 1 hatten wir dann glaube ich um die 60 in beiden Bundesländern. Da nun jeder, das ist streitig, weiß ich in der Piratenpartei, aber es gibt vom Bundeswahlleiter so eine Vorgabe, jeder sollte 10 Minuten Zeit haben, sich und sein Programm vorstellen zu können und die Piraten sehr aufwendige Befragungsrituale pflegen, kostet das Ganze doch relativ viel Zeit, die schnell einen Parteitag an die Grenze seiner Handlungsfähigkeit bringen können und das Problem ist natürlich auch, was passiert, wenn man eine Aufstellungsversammlung wiederholen muss. Niedersachsen ist erfolgreich angefochten worden, weil man zwei hat mitwählen lassen und nicht wählen durften, okay, kann passieren, nur das ergibt, man könnte mal ja sagen, rechnet man die zwei raus, gibt es hier und da ein paar Veränderungen, ansonsten bleibt es so, wie es ist, aufgrund des gewählten Wahlverfahrens, Piraten verwenden ist auch spielerisch, bestimmte Entscheidungsmechanismen, die man in anderen Parteien nicht so kennt, das sogenannte Akzeptanzwahlverfahren an oder experimentieren, diskutieren, auch ob man andere wählt, weil man ja keine Wahlordnung hat, kann man jedes Mal neu festlegen, führt das dazu, dass dann auch wegen anderer Teilnehmer eventuell eine ganz andere Liste rauskommt. Also hier ist so ein bisschen die Vorstellung à la Rousseau, es gibt den Volonté General und der wird sich dann schon so wie der Weltgeist dann zum Ausdruck kommen, das ist aber nicht in der Fall, sondern natürlich sind Verfahrensfragen relativ wichtig und das Fehlen einer Wahlordnung ist da zentral und es laufen ja bereits, Niedersachsen ist angefochten worden, es wird auch absehbar Niedersachsen, es hat ein paar andere Gründe, zivilrechtliche, verwaltungsrechtliche Klagen gegen die Listenaufstellung voraussichtlich geben und da muss man mal gucken, ob das in Anbetracht der gegenwärtigen Situation auf Dauer noch tragfähig sein wird. Momentan scheint es zu funktionieren, in Nordrhein-Westfalen hat man es mit einer Reihe von Geschäftsordnungstricks letztlich hingekriegt, dass man die Debatte in einem bestimmten Rahmen begrenzt hat, die aber zu Kosten, glaube ich, von Interessen von Minderheiten gegangen sind, das können wir auch nochmal gerne ausführen. Ja und der letzte Punkt, der nicht ganz unwichtig ist, die Volatilität der Wähler. Ich habe mal hier abgetragen, die ersten MNIT-Umfragen jeweils im Mai erschienen sind, dann sehen wir die CDU, CSU bewegen sich seit 2008 so 35, 36, 34 Prozent, bei den Sozialdemokraten ist zwischen 24 und 27 Prozent auch ein bisschen Spielraum, nicht so viel, aber bei den Grünen. Von zehn Prozent ging das hoch bis auf 24 und jetzt sind sie wieder auf 13 Prozent. Die FDP, können wir uns auch noch erinnern, die waren mal also nah an ihrem Projekt 18 Real dran, sind jetzt bei fünf Prozent, wenn es gut läuft. Die Linken waren auch mal bei 13 Prozent, sind jetzt bei sieben, jetzt sind die Piraten bei elf. Wer sagt, das ist wieder dieser Schwemmsand der Protestwähler, dass die Karawane nicht weiterzieht. Das wäre zumindest nicht ausgeschlossen und hier müssen die Piraten, glaube ich, zusehen, wenn sie sich etablieren wollen, dass sie diesen Schwemmsand von Wählern halten, weil ansonsten werden sie wahrscheinlich zurückrutschen auf ihren alten Wahlsockel von zwei Prozent, der eventuell, da gibt es durchaus Leute, die sagen, diese netzpolitischen Fragen sind bei Jüngeren relevanter, der natürlich auch anwachsen kann. Eventuell ist das, selbst wenn der Schwemmsand weg ist, eine Chance, dass die Partei sich stabilisieren kann. Komme ich zum Fazit. Aus unserer Sicht ist die Partei so etwas wie eine Reaktion und Resultat der Krise der repräsentativen Demokratie und ihrer parteipolitischen Akteure. Also diese hohe Protestbereitschaft, diese hohe Unzufriedenheit mit der Politik, mit ihren Ergebnissen, mit den handelnden Personen, führt dazu, dass man sich nach einer anderen Partei umsieht, eine andere Partei gerne möchte und im Prinzip deswegen auf der einen Seite Reaktion, auf der anderen Seite aber auch Resultat ist, denn bestimmte Elemente von Schwächen im politischen System sind ja bei den Piraten nicht weg, sondern im Gegenteil, es gibt dort welche, die eher doch dazu führen, dass man sagen muss, so ganz werden diese Probleme vielleicht dann auch nicht gelöst. Zweiter Punkt, eine dauerhafte Etablierung, das ist jetzt, das ist jetzt, da können Sie hinterher sagen, das ist typisch Sozialwissenschaftler, will sich nicht festlegen, also eine dauerhafte Etablierung ist zwar nicht ausgeschlossen, aber aus unserer Sicht dann doch unwahrscheinlich und jetzt kommt der Satz, wo Sie dann endgültig sagen, der legt sich ja nun gar nicht mehr fest, selbst wenn Sie im Bundestag einziehen, würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass Sie sich etablieren werden, weil es doch bestimmte Elemente in der Partei gibt, die sich verändern müssten. Das kann ja sein, dass die Partei das tut und da hat sie jetzt momentan ein Problem, denn Piraten nehmen ganz stark wahr und das konnte man auf dem Bundesparteitag, glaube ich, auch in Neumünster wahrnehmen, dass sie auch gewählt werden, weil sie anders sind als die etablierten Parteien. Dieses Anderssein ist eine ganz, ganz wichtige Ressource, wie wir ja gesehen haben, nur wenn man jetzt was verändert, dann dürfte man ja eventuell genau etwas über Bord von diesem Anderssein, was so wichtig ist. Also bedeutet jeder Schritt zur Professionalisierung möglicherweise eine Profanisierung und dieses Dilemma kriegt man natürlich nicht aufgelöst, weil man ja sagt, naja, also irgendwie wir sind ja anders und wir wollen auch anders bleiben, das ist ganz wichtig für uns und insofern ist die Frage der Professionalisierung, die aus unserer Sicht doch an der einen oder anderen Stelle unverzichtbar ist, ein Problem. Ich hatte schon angedeutet, der politische oder netzkulturelle Wurzelgrund ist gleichwohl von hohem Interesse, also diese zwei Prozent, die man auch vor Berlin hatte, die sind ja da wirklich recht stabil und recht verlässlich bei der Piratenpartei und was man auch sagen muss, das, was ich vorhin ein bisschen unter Populismus abgetan habe und jetzt versuche ich, also diejenigen, die jetzt schon auf 180 sind, vielleicht auch ein bisschen einzufangen oder diejenigen zu enttäuschen, die sagen, ja, der spricht mir aus der Seele, die Fragen sind natürlich relevant. Also entscheidet in der Demokratie, gerade in unserer Mehrebenen-Demokratie, wie ist das mit Europa und dem Bundestag, wie ist das mit den Rechten der Abgeordneten, wie ist das mit den Rechten der Exekutive im Verhältnis zur Legislative. Das sind relevante Fragen für die Zukunft der Demokratie, die sind von den Piraten auf jeden Fall aufgeworfen. Und insofern freue ich mich jetzt auf Ihre Erwiderung, Herr Ramaschwami, und freue mich dann auch auf die Diskussion in die Beratung. Das ist jetzt so ein bisschen wie in die Löwengrube geworfen zu sein. Es ist natürlich so, dass viele Argumente nicht erahnbar waren, die Sie gebracht haben. Und insofern muss ich jetzt natürlich sehr spontan auf Dinge reagieren, die möglicherweise aber wichtig wären, dass man sie ein bisschen genauer belegen kann, was ich natürlich jetzt nicht unbedingt immer in der Lage bin zu tun. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen der Reihenfolge Ihrer Folien zu folgen. Da habe ich mir jeweils versucht, Notizen zu machen. Wir werden mal schauen, ob das irgendwie auf Dauer Sinn macht. Sonst unterbrechen Sie mich ruhig und auf konkrete Fragen kann ich manchmal leichter antworten als so aus dem Stehgreif. Sie können sich vorstellen, dass der Vorwurf rechtspopulistisch mir am meisten... Bitte? Sie haben rechtspopulistisch gesagt. Ja. Na gut, ziehen Sie es zurück. Könnten wir ja nachher bei der Aufnahme prüfen. Aber ist gut. Aber trotzdem, populistisch ist natürlich bei Ihnen als Vorwurf gemeint. Und die Frage ist, ob populär Fragen, die das Volk hat, nämlich dann die aufzugreifen, ob das wirklich was Negatives ist. Denn das tut sicherlich die Piratenpartei. So ganz leuchtet mir, oder beziehungsweise ist es interessant, dass Sie Protestwähler für die Partei als 60 bis 80 Prozent, zwar mehr bei 60 als bei 80, sagten Sie, festmachen. Das ist aber interessant. Gucken Sie sich die Wählerbewegungen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen an, dann kann man ziemlich deutlich sehen, dass aus allen Parteien gleich viel abgezogen wird. Dass der größte Anteil allerdings an Wählern der Piraten, also im Vergleich zu den anderen, jeweils die Nichtwähler waren. Und das war auch in der Kommunalwahl durchaus eine Strategie der Partei, zu sagen, wir wollen eigentlich die erreichen, die gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr zur Wahl zu gehen. Denn die alten Parteien sind so verhärtet in ihrer Struktur und in ihrem Programm. Hier ergibt sich eine Chance, Politik einfach mal anders zu machen. Das heißt, Politik anders machen ist sozusagen der wichtigste Programmgegenstand. Zu sagen, wir haben einfach die Idee, dass die eingefahrenen Programmwege, die die Parteien haben, nicht aufrechterhalten bleiben sollte. Daraus folgt natürlich, dass fast alles, was Sie an Kritik im Detail an der Piratenpartei haben, natürlich auch greift, weil es ganz klar ist, wenn Sie die alten Parteien als das richtige System empfinden, dann werden Sie vieles, was Sie in der Piratenpartei finden, eben ablehnen müssen. Ich frage mich, ob das sozusagen eine richtige wissenschaftliche Voraussetzung ist, davon auszugehen, dass das alte Parteiensystem einfach dasjenige ist, woran sich alles messen lassen muss. Man könnte ja auch hingehen und sagen, es gibt zur repräsentativen Parteiendemokratie eine ganze Menge verschiedener Möglichkeiten. Und an den verschiedenen Möglichkeiten messe ich das gegenwärtige System. Und da werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die Piratenpartei wesentlich näher an anderen Systemen dran sein könnte, als eben am herrschenden etablierten System. Soziale Gerechtigkeit, sagten Sie, wäre den Wählern das Wichtige und die Bildung. Das sehen wir auch so. Und deshalb lege ich eigentlich sehr viel Wert darauf, dass Sie, wenn Sie das Programm anschauen, sich vielleicht, ja, Sie hatten da eine Folie, die auf das Wahlprogramm 2009 abzielt und daraufhin die Partei positioniert. Bei einer hochdynamischen Partei, die auf eine Basis orientiert, also ihren Mitgliedern folgend, das Programm gerade entwickelt, ist natürlich drei Jahre später sich hinzustellen und so eine Folie zu zeigen, mehr als Manipulation. Denn es ist ganz klar, wenn Sie sich das, gerade das Programm der niedersächsischen, aber auch der nordrhein-westfälischen Partei ansehen, dann werden Sie sehen, dass dort Fragen des Mindestlohns, der sozialen Gerechtigkeit, der deutlichen Teilhabe an der Gesellschaft, wie sehr zentrale Punkte sind, Bildung sozusagen zugänglich machen für alle und ähnliche Fragen. Das heißt, an der Stelle sind wir sehr weit entfernt von dem, was die CDU sagen würde. Und wenn man also die Senkrechte in ihrer Folie betrachtet, standen wir ja direkt unterhalb der CDU sozusagen, was zwischen Wirtschaft und links eingeordnet war. Und da denke ich, liegen Sie völlig verkehrt. Zumindest was die Tendenz in der Partei angeht. Also da hat sich, glaube ich, einiges sozusagen konkretisiert, was Sie damals an Materialmöglicherweise gar nicht haben konnten. Gucken wir mal weiter. Ja, Glücksjäger kommen zu den Piraten. Ja, würden wir auch so sehen, dass der Anstieg der Partei natürlich in einer Partei, wo jeder mitmachen soll und mitmachen kann, natürlich diejenigen auch anzieht, die eben eine Chance sehen, aktiv Politik zu machen. Solches ist organisatorisch schwierig zu handeln, sage ich ganz klar. 150 Bewerber bei einer Aufstellungsversammlung, das ist sicherlich schwer. Aber es zeigt eben, dass wir die Möglichkeit des Mitmachens eben ernst nehmen. Und ein Delegiertensystem, in dem alles vorher ausgekummelt wird, halten wir einfach schlicht für undemokratisch, wenn es natürlich auch sauber ist. Sie haben aber gesagt, unser Verfahren wäre in der Tendenz eher undemokratisch. Ich halte das gegenwärtige Auswahlverfahren von Parteifunktionären für mehr als undemokratisch. Sie sind selber SPD-Mitglied in der SPD. Ich habe sehr viele Freunde, die dort waren. Kann man sich ziemlich genau ausrechnen, welche Schritte man tun muss, um Karriere zu machen. Ich habe also einen alten Schulfreund, der mir das, als wir 18 waren, vorgerechnet hat, ist in der Kommune 20 Jahre lang Bürgermeister gewesen. Und er hat es genau so gemacht, wie er es aufgeschrieben hat. Wenn Sie das für einen demokratischen Prozess halten, dann haben Sie natürlich recht mit Ihrer Kritik an den Piraten. Ich würde es aber eher umdrehen wollen. Jetzt höre ich aber auf mit der Polemik. Das war aber, denke ich, mal wichtig, dass man sozusagen sagt, dass Sie natürlich durchaus ein Interesse haben, aus Ihrer politischen Position heraus die Piraten blöd zu finden, weil wir natürlich tendenziell, wenn wir soziale Themen wirklich aufgreifen und kritisieren, dass die herrschenden Parteien da nicht aktiv genug sind, das natürlich nicht gut finden können. Allerdings glaube ich, dass gerade im Bereich Hartz IV und, wie heißt das, Leiharbeit, die SPD eine Fratze gezeigt hat, die durchaus eben mit einer sozialdemokratischen Politik nicht verbunden werden kann und mit einer Politik, wo soziale Gerechtigkeit den Wähler am meisten interessiert. Wir haben, das muss ich Ihnen natürlich zugestehen, bisher noch nicht nachweisen können oder dürfen, dass wir anders entscheiden würden, sondern wir haben ein Wahlprogramm, wir haben Präambeln, wir haben Prinzipien, nach denen wir uns orientieren und die lassen eigentlich eine solche Entscheidung, wie zum Beispiel Einführung von Hartz IV eigentlich nicht zu. Jetzt sagen Sie, es gibt keine stabile Verortung und verbindliche Antworten auf viele Fragen. Das ist sicherlich auch so, aber wenn wir eine sachbezogene, offene Politik betreiben wollen, dann ist es aus der Sicht vieler Piraten, die lange dabei sind, eben wichtig, sich nicht in die Schubladen und in die Rezepte zu begeben und zu sagen, wir werden in jedem Fall so oder so stimmen, weil wir ja dann, wenn wir anders entscheiden würden, der berühmten Wahlversprechensbrechung sozusagen für schuldig befunden würden. Und ja, deshalb ist es vielleicht besser, deutlich zu sagen, wir möchten aktuell sachbezogen entscheiden und nicht Monate vorher schon sagen, wie wir vielleicht in einem Jahr oder einem Dreivierteljahr eine bestimmte Frage beantworten werden. Das ist für manche unbefriedigend, gebe ich zu, aber ich glaube, dass es, wenn man eine offene Politik machen möchte, lässt sich das nicht vermeiden. Unabhängig davon kann man feststellen, dass es Programmaussagen gibt. Die Nordrhein-Westfalen haben so etwas Wunderschönes hier rausgebracht. Dafür, dass wir kein Programm haben, steht hier viel drin. Also es wird natürlich versucht, von den Landesverbänden und von den Kreisverbänden deutlich zu machen, zu konkreten Fragen, die anliegen, auch Stellung zu beziehen. Und das wird auch weiter so gehen. Wir haben zum Beispiel im Bereich Euro deutlich den Fiskalpakt abgelehnt. Also es gibt Äußerungen dazu, dass Fragen, die haben Israel genannt, eine schwierige Frage ist, das geht den etablierten Parteien auch nicht anders. Dort hat nur irgendjemand entschieden, der zufällig oder weniger zufällig in der Parteienhierarchie was zu sagen hat, wie denn die Partei abzustimmen hat und welche Meinung sie zu haben hat. Aber wenn Sie die Mitglieder befragen, werden Sie eine ähnliche diffuse Haltung finden oder vielfältige Haltung finden, wie auch bei den Piraten. Ja, wie gesagt, Protestwähler, da glaube ich, wenn man das Wort nochmal ernst aufgreifen möchte, ernst nimmt, dann sind es die Wähler, die innerhalb der anderen Parteien, also die bisher andere Parteien gewählt haben, erkannt haben, dass das so nicht weitergeht und dass sie deshalb eine neue Partei wählen wollen, die ihnen eben zumindest verspricht, wird. Das werden wir noch halten müssen, dass man eben eine andere Form der Politik auch umsetzen kann und dass man an der Stelle eben auch mitwirken kann. Und das haben wir durchaus vor, dass auch Funktionsträger und Fraktionen eben durchaus weiter ihr Programm mit der Mitgliedschaft und den AGs, die sie gar nicht erwähnt haben, was ich falsch finde, weil das Programm eben in den Arbeitsgemeinschaften sehr intensiv erarbeitet wird, möglicherweise noch nicht abgestimmt ist. Wenn wir jetzt nicht eine zweite Aufstellungsversammlung machen müssten, hätten wir einen Programmparteitag und da stehen ungefähr, ich glaube, an die 90 Anträge stehen da, die also durchaus viele Fragen, die sie noch haben, beantworten könnte. Ja, vielleicht soweit, ist ein bisschen schwierig, die vielen Stichporte, die man so hat, irgendwie mit einem Kommentar zu versehen. Vielleicht noch etwas agieren und reagieren, fand ich eine sehr spannende Geschichte, dass sie gesagt haben, wir sind eher in der Lage zu reagieren als zu agieren. Sehe ich selber auch so. Bemängeln auch sehr viele, weil wir eben noch nicht genügend Leute haben, die von ihrer politischen Arbeit leben können und somit das politische Leben vorhersehen können. Also die Themen, die kommen, auch rechtzeitig sozusagen in der Diskussion miterleben, sondern es sind ja viele Politikfragen, die sozusagen, wenn sie auf der Tagesordnung stehen, dann erfahren wir die und dann können wir dazu Stellung beziehen. Wenn man in den Parlamenten ist, bekommt man natürlich zu ganz anderen Zeitpunkten Dinge zur Kenntnis und können darauf natürlich ganz anders reagieren. Oder man kann selber Anträge stellen, man kann selber Dinge vorantreiben, was man natürlich von außen wesentlich schwerer machen kann. Aber nehmen Sie sowas wie ACTA, zum Beispiel die Leute, die das in Deutschland und in Europa vorangetrieben haben, waren die Piraten. Das ist dann von den anderen aufgegriffen worden. Die Sache löschen, statt sperren, ist auch eine Piratenaktion gewesen. Die Frage Transparenz in der Politik ist eine Frage, die natürlich theoretisch alle Parteien schon mal in der Diskussion hatten, die aber interessanterweise jetzt ganz aktiv aufgegriffen wird, seit es die Piraten gibt. Also das Wort, was ich bei der letzten Wahlaufstellungsversammlung gesagt habe, lasst uns Visionen entwickeln und die anderen Parteien vor uns hertreiben, hat an manchen Punkten schon gestimmt und ich denke, in diesem Sinne wollen wir auch weiterarbeiten. Das heißt, wir werden die Gesellschaft beobachten, werden sagen, was wichtig ist und ich glaube, dass viele andere Parteien uns folgen werden. Und sollten wir nutzlos werden, weil die anderen Parteien eine sachbezogene gute Politik machen, dann ist doch alles erreicht. Wir wollen doch nicht Macht und unbedingt in die Parlamente, sondern wir wollen doch erreichen, dass eine bessere Politik gemacht wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.